Adventsgeschichten von Ursel Schäffler Erzähler YouTube-Glockenkieser Der schlaue Fuchs Barbara hat schon oft dabei zugesehen, wie ein Gänzeküken aus dem Ei geschlüpft ist. Aber jedes Mal ist es für sie wieder ein neues Wunder. Erst sieht man nur die Risse in der Schale und dann den winzigen, pickenden Schnabel und schließlich erblickt ein kleines Wesen zum ersten Mal das Licht der Welt. Ein paar Eierschalen hängen noch an dem Küken, das jetzt seine ersten Schritte macht. Da fegt plötzlich der Hund über den Hof. Die Gänsemutter bringt sich schnatternd hinter dem alten Pferdestall in Sicherheit. Die Küken, die schon vor einer Weile geschlüpft waren, laufen aufgeregt piepsend hinter ihr her. Das frisch geschlüpfte Küken findet sich in der Welt noch nicht zurecht und macht aufgeregt Ök-wak-wak-wak-wak-wak-wak. »Komme her zu mir«, ruft Barbara, »der Hund tut dir nichts.« Sie nimmt das kleine Gänseküken behutsam in ihre warme Hand. Barbara lebt mit ihren Eltern, Geschwistern und Großeltern auf einem Bauernhof. Und sie hätte nirgends anders leben mögen, denn sie liebt Tiere, vor allem Küken, Ferkel, Welpen, Kätzchen, Kaninchen, kurz alles, was auf einem Bauernhof klein und schutzbedürftig ist. Kein Wunder also, dass sie sich gern um das kleine Küken kümmert, das die anderen im Stich gelassen haben. Und weil das Gänsekind als erstes Wesen auf der Welt Barbara gesehen hatte und nicht die Gans, hielt es Barbara für seine Mutter. Den ganzen Frühling überlief es hinter Barbara her, über die Wiese, am See entlang, in den Wald. Es badete sogar mit Barbara im Teich, es rannte hinter Barbara her, wenn sie in die Schule wollte, und es schlief in einem weichen Pullover neben Barbaras Bett. Die anderen lachten, wenn sie Barbara mit ihrer Gans sahen, nannten die kleine Gans Baba. Die Gans wuchs im Sommer natürlich draußen auf der Weide mit den anderen Gänsen auf, aber wenn sie Barbara sah, lief sie aufgeregt schnatternd auf sie zu, um sie zu begrüßen. Die jungen Gänse wuchsen heran. Auch aus Barbara war im Herbst eine stattliche Gans mit weißen Federn und einem kräftigen Schnabel geworden, die außer Barbara keinen an sich herankommen ließ. Dann kam der Winter. Die Gänse kamen von der Weide in den Stall. »Mach die Tür gut zu, wir haben draußen beim Teich einen Fuchs gesehen«, warnte der Großvater und schob den Riegel vor. »Und die Großmutter sagte, fehlte gerade noch, dass uns der Weihnachtsbraten weggeholt wird.« Da erinnerte sich Barbara plötzlich mit Schrecken daran, dass jedes Jahr zur Weihnachtszeit die Gänse auf dem Markt verkauft wurden. Und eine, die schönste, behielt sich die Großmutter immer als Weihnachtsbraten zurück. »Und die schönste Gans war ohne Zweifel Baba.« »Baba als Weihnachtsbraten? Das war Mord!« Beim Mittagessen schmiedete Barbara einen Plan. Nach dem Abendessen, als alle dachten, dass sie längst im Bett sei, schlich sie hinaus zum Stall. Sie holte Baba heraus und lockte sie mit einer Handvoll Futter zum alten Pferdestall. Der wurde nicht mehr benutzt, weil es auf dem Bauernhof keine Pferde mehr gab. Der Großvater hatte sogar schon mal in Erwägung gezogen, das baufällig gewordene Gebäude im nächsten Jahr abzureißen. Aber jetzt war es das ideale Versteck für Baba. Barbara öffnete eine der leeren Boxen, verteilt Stroh auf den Boden und setzte Baba hinein. Sie gab ihr Wasser und etwas zu fressen. »Hier kannst du es eine Weile aushalten, Baba. Morgen besuche ich dich und bringe neues Futter.« Versprach Barbara. Sie schloss die Tür sorgfältig hinter sich und ging zum Haus zurück. Vor dem Gänsestall zögerte sie, lief noch einmal hinein und holte eine Handvoll Federn heraus, die sie vor der Türe verteilte, ehe sie den Riegel wieder vorschob. Dann ging sie zufrieden in ihr Zimmer. Von ihrem Fenster aus sah sie zufrieden auf den alten Stall hinüber, der friedlich im Mondlicht auf der Wiese lag. Keiner außer ihr kannte sein Geheimnis. Als sie am nächsten Morgen mit dem Großvater das Futter zum Gänsestall brachte, entdeckten sie die Federn gemeinsam. Barbara riegelte die Stalltür auf und sagte, »Großvater, Baba ist weg. Die muss der Fuchs abgeholt haben.« Der Großvater sah sie prüfend an und sagte dann, »So, so, die Baba hat der Fuchs gestohlen. Schade, sehr schade. Es muss aber ein ganz schön schlauer Fuchs gewesen sein, weil er sich die allerschönste Gans ausgesucht hat.« Barbara antwortete nicht. Sie sah nur verlegen auf den Boden. »Die arme Baba«, sagte die Großmutter beim Frühstück. »Ja, ja, gegen einen schlauen Fuchs kann man nichts ausrichten«, brummte der Großvater und zwinkerte Barbara zu. Er war sogar so schlau, dass er hinterher wieder den Riegel von der Stalltür zugeschoben hat. Barbara bekam einen roten Kopf. Da hatte sie doch in alter Gewohnheit den Riegel vorgeschoben. »Wie konnte sie nur so blöd sein?« »Nun«, meinte der Großvater, »dann müssen wir in diesem Jahr eben auf einen Weihnachtsbraten verzichten. Wenn ihr mich fragt, so bekommt mir das sowieso besser, meine Galle, ihr wisst ja. Da ist Gänsefett nicht das Beste.« »Dieses Jahr dann keinen Gänsebraten?« vergewisserte sich Barbara. Die Großmutter staunte. Die Mutter und der Vater auch. »Na ja, sage ich doch. Also wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, böhmische Pflaumenknödel mit Zimt und Zucker, so wie sie Uroma immer gemacht hat.« Damit waren alle einverstanden. Und als Barbara mit dem Großvater später wieder nach draußen ging, sagte der Opa, »Ein schlauer Fuchs, wirklich, würde mich nicht wundern, wenn er Barbara wieder in den Stall zurückbringt.« »Jetzt, wo es Pflaumenknödel zu Weihnachten gibt.« 400 Euro – kommende Zimt und Trump – »Präumhoh Leihk extert, ja, Herrína – Und als er 팔, wo es für ein 하지만 Dismt und war war wieder связi.« Das war sehr gut.